Sollten Sie des schmuttligen Winters inzwischen überdrüssig sein, kann ich Ihnen drei tröstliche Perspektiven eröffnen. Zum Ersten, es wird milder in den nächsten Tagen. Zweitens, am Freitag ist schon Frühlingsanfang und dann ist es drittens gar nicht mehr so weit hin bis zum Start unserer Sommertour. Ein Übertragungswagen und ein Radiomoderator. Die Sommertour vor 20 Jahren, wie hier in Warnemünde. So, der Intendant nochmal. Die Dame sagt jetzt, ich mach das sehr gut. 2013 ist die Sommertour wieder unterwegs, mit Topstars und ohne Eintritt. NDR 1, Radio MV und das Nordmagazin touren durch das ganze Land. Los geht's am 22. Juni im Iga-Park. Herzlich willkommen zur Eröffnung der internationalen Gartenbauausstellung 2003 in Rostock. Über sieben Brücken, wo es die Burg geht, sieben Brücken, wo es die Burg geht. Iga, Ostkopf, Iga, Ostkopf, für jeden cool und krass. Iga in der Hansestadt, Ostkopf am Ostseestrand. Oh, die Ne für alt und jung, hier mit dem Pokerlach. Ich will the sunshine in your arms, I will the light from shooting stars, I will be the quick in your sweeten lights, I will be the love smoking your arms. Oh my God, I'm the turkey and I'm so sure you don't, don't 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 I'm happy, man's a coma, man's a king, it's a strange thing, it's a strange thing, but it's a strange thing, it's αυτή. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Zehn Jahre in der Park Rostock. Der NDR seiert mit der Sommertour mit. Am 22. Juni 2013 auf der Parkbühne im Gelände, die 42 Meter lang, 32 Meter breit und mit 1000 Quadratmetern überdacht ist. Weiter über Ludwigslust und Anklam im August, danach Malchow und Wismar. Die 200. Sommertour steigt in Lübz und das Sommertour-Finale im September auf Rügen. Alle Infos zum Nachlesen finden Sie unter www.ndr.de-mv. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018